Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Herzlich Willkommen, was geht? Wir haben hier ein Paket zugeschickt bekommen von Sugar Gang. Ich würde sagen, wir öffnen die mal, testen die Süßigkeiten. Es sind aber so viele Sachen drin. Darf ich das direkt rausnehmen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwas von Kinder Delights. Sieht so aus. Noch nie gesehen vorher. Kein blassen Schimmer, was das ist. Packen wir direkt aus und probieren. Ich stelle mal die Box zur Seite. Das sieht aus wie so Milchschnitte oder Pinguin. So ein Mix aus Milchschnitte und Pinguin. Darf ich auch probieren. Ist das geil? Richtig geil. Wir machen weiter. Das hier liegt oben. Aufs Packen. So sieht das aus. Du bist scharf. Ich weiß. So jetzt. Das ist glaube ich so eine Art Gummibärchen. Sieht aus wie so Prokutgummi einfach. Ja, probieren wir einfach direkt mal. Sind die auch weiche oder es gibt auch weiche diesen. Die sind besser als Gummibärchen. Die sind weicher und krass lecker. Sind nice. Die fallen mir auf jeden Fall auch. Das ist viel zu viel Süßiges nachher für uns. Das können wir nicht alles essen. Nein. Mein neues Jahr in meine Vorsätze halten wir super. Halten wir sehr gut ein. Weiter gehts. So, hier gibt es noch Kekse. So sehen die aus. Boah, die sehen fresh aus. Mmh. Lecker. Mhm. Wir haben die Sachen nicht bewertet. Wir bewerten jetzt nochmal. Die Milchschnitte bekommen. Von dir bekommt wie viel? Zehn von zehn. Von mir bekommt die neun von zehn. Die war schon sehr, sehr gut. Die Gummibärchen bekommen von mir acht von zehn Punkten. Von mir ebenfalls acht von zehn. Okay, ich sage sieben von zehn. Die sind auch sehr, sehr gut. Also wirklich mag ich die richtig gerne. Und die Cookies bekommen von mir. Von mir eine sechs von zehn. Sind zwar lecker und so, aber ich bin überhaupt nicht der Cookie-Fan. Ich auch nicht so, aber von mir bekommen die sieben von zehn. Was haben wir noch so schönes? Wir haben noch Cheetos. Die sind schon offen. Also mir gefallen die. Die sind lecker. Acht von zehn. Ja, ich bleib auch acht. Oh, jetzt kommen noch ein paar Kleinigkeiten. Oreos. Mini-Oreos. So sehen die aus. Fühl mal, die sind mini-mini. Also richtig klein. Die sind wirklich so klein. Oha. Alter. So klein. Scheiß, ich habe mich kaputt gemacht. Aber süß, dass sie so klein sind. Ich glaube, das soll man in die Milch machen. Aber die schmecken auch so sehr, sehr gut. Was gibst du denen? Ja, ne acht von zehn auf jeden Fall. Ich gebe nur sieben von zehn. Oha, die sehen geil aus. Nimm mal bitte, Dieter. Ja, bitte. Die sehen lecker aus. Wie heißen die? Weiß ich nicht. Oh, egal. Sieht so aus, dass so kleine saure Stangen sind. Nimm blau. Aber jetzt alle sauer. Mhm. Oh mein Gott. Zehn von zehn bei mir. Sechs von zehn. Bin ich so der Fan von sowas. So, was nehmen wir jetzt? KitKat. So sieht das aus, als das ein KitKat-Riegel. Ja, aber was ist auch ein Special? Mit irgendeinem Keks. Sieht aber sehr geil aus, ich liebe es. Also das Special davon ist der Keks da drin. Ah, okay, wir probieren. Magst du KitKat gerne? Mhm. Schmeckt nach KitKat mit irgendeiner Füllung noch. Karamell. Aber KitKat ist doch nicht Karamell. Sieben von zehn? Äh, auch sieben von zehn. Jetzt kommen wir zu. Boah, Junge. Die sind ja immer dabei. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Reezy-Fan. Ich auch nicht. Nicht so meins. Das ist sehr, sehr süß. Ja, ich muss, also ich mag die schon, ja. Von daher würde ich den schon so neun von zehn geben, weil ich feiere das mit der Erdungspartei irgendwie. Ich gebe nur drei von zehn. Ich bin wirklich nicht so der Fan davon. Dann haben wir hier noch das hier. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, es ist Pulver. Ich weiß gar nicht nach was das schmecken soll, ne? Sieht ziemlich nach irgendwie so... Erdbeer oder Himbeer oder so aus. Irgendeine Frucht. Ah, hier Erdbeeren. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das sehr fake nach Erdbeere schmeckt. Einen halben Cup davon. Ich weiß nicht, der Geruch überzeugt mich noch nicht so genau. Das riecht nach Fake Erdbeere. Einen halben davon? Ich dachte jetzt vielleicht so ein Teelöffel oder so. Jo. Ne, macht nicht ganz so viel. Oh mein Gott, die Farbe ist ja mit mir. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hä? Ohohoho. Jetzt bin ich gespannt. Und? Ähm, eigenartiger Geschmack. Ob ich es nochmal trinken würde? Ich bezweifle es stark. Ich finde nicht, dass es nach Erdbeere schmeckt. Ne. Es schmeckt nicht kacke. Aber ich würde es auch nicht nochmal trinken. Dafür ist ein anderes Getränk, was 10.000er geiler aussieht. Bleiben wir mal bei den Getränken. Hier ist noch, was ist das? Fanta. Fanta in Pink mit, weiß ich nicht. Sieht aus wie Pfirsich wahrscheinlich. Pfirsich. Aber guck mal, eigentlich darf man es gar nicht aufmachen, einfach behalten. So, weil es einfach, es sieht einfach anders aus wie Chieselstrau. Und noch riecht es? Ich rieche noch nichts. Ich kann nicht zuordnen, ob es für sich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es für sich ist, aber es ist nicht schlecht. Ich verstehe noch nicht ganz, was es ist. Aber ich kriege auf jeden Fall eine 9 von 10. Für mich gibt es eine 5 von 10. Jetzt kommen wir weiter zu Süßigkeiten. Sour Jelly Beans. Oh. Jelly Beans ist nicht mal geil. Kenne ich gar nicht. Bin ich gespannt. Für mich gibt es eine 7 von 10. Wir haben drei Sachen noch. Einmal noch ein Snickerspiegel. Richtig geil. Ich weiß nicht, was da drin ist. Es ist irgendwas Lilanes. Das ist ja lila auch von innen. Ich glaube, man erkennt das nicht. Ups. Hälfte verloren. Hä? Wirklich eine Pistazie oder Erdnuss oder irgendwie so. Ja, irgendwie so. Für mich eine 8 von 10. Für mich eine 5 von 10. Dann haben wir jetzt noch ein Super Sour Spray Candy. So sieht das aus. Ich hoffe, man erkennt das. Watermelon Geschmack. So was habe ich als Kind immer richtig gefeiert. Hast du auch Grügeln erlebt, so was? Ja. Diese Mundspray. Ich habe die ganze Tag so. Aber lecker. Wir kommen zum letzten. 10 von 10 übrigens. Aber so auch mal. Mit Abschlag. Von mir ein 9 von 10. Wir kommen zu Lucky Charms. Oh, die feiere ich auch komplett. Ja, ich kannte die davor gar nicht. Also wir hatten die schon mal zu beschickt bekommen. Und die sind so lecker. Die farbigen sind auch lecker, aber diese ohne Farbe, die sind am leckersten. Ja, ich pul mir die Farbe raus. Ich pul mir die anderen immer raus. Wir ergänzen uns super. 10 von 10. Von mir auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst euch gerne... Aua. Jawohl. Hinterlasst dem Video gerne noch um. Sollen wir sowas öfter machen? Schlau es gerne rein. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.